Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjungen Rheinland. Heute habe ich Dosenwerfen für euch vorbereitet. Anstatt Dosen nehme ich einfach Plastikwäscher. Insgesamt sechs an der Zahl. Diese stelle ich erstmal in einer Pyramide auf. Unten drei. Da war folgende zwei. Und der letzte Ruhm drauf. Zum Werfen habe ich einfach einen kleinen Ball. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich stelle euch auf und fange an zu werfen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020